hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen ausgabe von pheno stories auch leider der letzten ausgabe für das jahr 2012 das sich langsam aber sicher dem ende neigt wir haben für euch ein ganz besonderes geschenk vorbereitet und zwar wir möchten euch besondere schätze aus der dauer ausstellung zeigen die ihr vielleicht noch nicht kennt ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen dieses videos und vor allem frohe feiertage und einen guten rutsch ins neue jahr so 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 so